Ab jetzt geben wir Gas. Bei Motorrad und Quad Hess, Ihr Fachhändler für Motorräder, Roller, Quads und ATVs. Mit einer Riesenauswahl zu Toppreisen. In unserer Meisterwerkstatt erwartet Sie unser qualifiziertes Team bei allen Service- und Reparaturarbeiten. Motorrad und Quad Hess, wir stehen mit unserem Namen für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Kommen Sie vorbei. Max-Planck-Straße in St. Augustin, Nähe Metro. Piratenspielplatz eröffnet. Wohnungsbaufirma eröffnet Kinderspielplatz in Siegburg. Gemeinsam mit vielen Kindern weiten Bürgermeister Franz Huhn und der Geschäftsführer der Montana Wohnungsbau GmbH, Franz Josef Scharfenstein, den Piratenspielplatz im neuen Wohnbaugebiet Deichhaus Aue in Siegburg ein. Die Kinder können auf dem gestrandeten Piratenschiff Ausschau halten, mit dem Holzfloß in See stechen oder auf der Doppelschaukel ihr Revier bewachen. Die Kosten für den neuen Spielplatz betrugen 72.000 Euro. Franz Josef Scharfenstein stellt den Bau des Spielplatzes vor. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir jetzt ein Jahr im Voraus schon den Kinderspielplatz fertiggestellt haben. Er ist auch nach dem Motto Piratenspielplatz hergestellt worden. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben und auch keine Kosten gescheut. Und wir hätten den auch ein Jahr später hier freigeben können, aber wir haben gedacht, 70 Prozent sind verkauft von den Häusern. Es wurden schon sehr viele nette junge Familien hier mit ihren Kindern. Sie sehen es ja auch hier, dass der Spielplatz schon mal in Betrieb genommen wird oder angenommen wird. Die kleinen Gäste erwartete ein umfangreiches Überraschungsprogramm mit Kinderschminken, Animation und Schatztruhen basteln. Für das leibliche Wohl wurde bei strahlendem Sonnenschein ebenfalls bestens gesorgt.